Wir erklären in diesem Video, warum ein Alu-Dibon Fine Art Hanemühle das edelste matte Druckverfahren für Ihr Foto ist. Zunächst wird Ihr Foto mit zwölf Farben gestochen scharf auf das handgeschöpfte Hanemühle Fine Art Papier gedruckt. Anschließend wird es auf die elegante und formstabile Alu-Dibon Platte kaschiert. Die Einzigartigkeit des Hanemühle Fine Art Papiers liegt in dessen natürlich belassenen Struktur. Diese völlig spiegelfreie Oberflächenbeschaffenheit sorgt für ein besonders mattes Druckbild, das Ihr Foto scharf bis ins kleinste Detail zur Geltung bringt. So werden auch geringe Farbnuancen erkennbar und sorgen für ein einzigartiges Druckbild. Da es sich bei Hanemühle Papier um Archivpapier handelt, ist Ihnen jahrzehntelange Freude an den Bildern garantiert. Bestellen Sie Ihr Foto als Alu-Dibon Fine Art Hanemühle, wenn Sie einen außergewöhnlich hochwertigen Druck in matter Optik wünschen. Oder sehen Sie sich den Direktdruck an, wenn Sie auf der Suche nach einer günstigeren Alternative sind.